Aho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und damit auch willkommen zurück zum Noob Simulator. Wir spielen heute, du wirst genoobt, äh, du bist gestorben, in drei Sekunden bist du wieder, ja, keine Ahnung. Leute, wir spielen auf Bad Wars, nein, wir spielen auf Hypixel Bad Wars, wir sind Team Rot zusammen mit Kaoslo44. Da sind Rieselschnitzel neben uns, hallo Flo. Ja, ich kann keine Blöcke abwarten. Natürlich nicht, wir sind in Bad Wars und mit Chops, hi, was geht, schreiende Ente ist mit dabei. Ja, hallo, hallo, ich bin hier schreiende Ente. Wo kann ich mir jetzt Blöcke kaufen? Schrei da oben. Ah, da kann ich nur mehrere. Okay, ich habe 48 Blöcke und ich würde sagen, wir bauen uns mal rüber zu unseren Deir-Inseln erstmal. Das wäre eigentlich so das Optimale, weil hier Hypixel Bad Wars ist ein bisschen anders als das, was wir sonst gespielt haben. Hier muss man sich, glaube ich, mehr Sachen farmen und sowas, glaube ich. Ja, sich hochrüsten, so ist das irgendwie ganz gut. Man muss sich aufrüsten. Kann man dir einen Eisengolem kaufen, oder? Ja, man kann sich auch ein Eis, ja, aber das ist es. Aber dafür haben wir noch nicht genug, oder? Nee, 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 also die Deirs, die bringen einfach nur... Nee, aber das haben wir noch lange nicht, glaube ich. Ja, die Deirs sind halt dazu da, dass du hier... Ja, zack. Okay, wir springen hier mal hin. Hier haben wir auch schon ein paar Diamantos. Tops, hast du schon mal einen Diamanten probiert? Ja, aber das Ding ist ja wie so ein Lütschbonbon, weißt du, so ein Pfefferminz ist das schon so. So, Diamanten schmecken nach Pfefferminz. Ja. Ich bin mit drei Diamanten runtergesprungen. Oh nein. Warum? Ja, mit Absicht, weil ich dachte, das ist eine gute Idee. Also, praktischer Respawn. Guck mal, grün und blau battlen sich, glaube ich, auch schon. Und da sind die blauen, die gehen auch schon mitte. Ich glaube, die sind richtig gut. Warte mal, vielleicht haben wir... Oh, da haben wir ein Glas. Ich packe die Gold in die Mitte, so ein bisschen. Und ich nehme mir einfach nur Blöcke. Ich glaube, mehr überfordert mich sowieso. Bei dir ist ein Gelber? Ja, weil es gerade runtergefallen, während er gebotert hat. Hä? Soll, okay. Warte mal, ich glaube, du kannst Dias holen von der anderen Insel, wenn du willst. Ich baue mal hier ein bisschen, dass der Weg ein bisschen einfacher ist, so. Und dann können wir, glaube ich, sogar zu Geld mal gehen, oder? Meinst du, das kann man schon machen? Ich weiß halt nicht, wie das hier läuft. Ja, da kannst du rüber gehen. Am besten, was ich dir empfehlen würde, immer die Tools kaufen. Also man kauft sich Tools und man hat die dann immer. Tools kaufen? Dann kauf uns mal ein paar Tools, die wir benutzen können. Die kannst nur du dir kaufen. Ach, die kann man sich nur selber... Ach so, alles klar. Da war ein roter, war das Flo? Ja. Wow. Da hast du schon, das wären Gegner in dem Moment so. Ja gut, alles klar. Ich hole mir immer noch ein paar Blöcke hier. Ähm, Tools, meinst du zum Beispiel eine Spitzhacke? Spitzhacke, Eierholt, kauf dir alles einmal. Da kommt der Gelbe. Eine Spitzhacke, eine Axt, ein bisschen Wolle. Okay, der Gelbe ist Down. Essen? Essen brauche ich hier nicht, ne, auf dem Server? Essen brauchst du nicht. Essen brauche ich nicht. Ja gut, dann habe ich doch alles. Dann versuchen wir das jetzt mal. Das ist nicht essentiell. Essen ist nicht essentiell, wow. Upgraded, verstärkte Rüstung, äh, I. Was? Okay. Du hast Rüstung geupgraded? Das ist cool. Ich danke. Aber am besten wäre es gewesen, wenn man die Ressourcenproduktion hochgemacht hat. Easy, kommst du mit? Was müssen wir das nächste Mal machen? Ähm, ich gehe jetzt, glaube ich, zu gelb. Ja, ja, ich komme mit. So. Du kommst mit? Okay, cool. Dann lass mal zusammen. Wo bist du? Bist du schon da? Ich habe getötet. Okay. Pass auf, dann baue du ab. Ich, ich, ich. Nein, die haben Obsidian. Die haben schon Obsidian? Ja, die sind direkt in die Mitte gegangen. Ah, das ist klar. Haben die Full Obsidian oder was? Was denkst du? Ja, die haben Full Obsidian. Ja, ich glaube, es ist auch noch Full Obsidian. Ah, oh Gott, ich bin runtergelaufen. Was? Es ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Einen kühlen Kopf bewahren, natürlich. Also meinst du cool bleiben? Ah, ihr geht da beide gerade hin. Vielleicht kann man so ein bisschen sneaky abbauen. Oh, ihr habt Leitern. Okay, das ist sehr gut. Was ist los? Ach so. Ja, Leitern sind die Brottaktik. Wenn sich Leute nach oben, ich finde das immer so schön. Die Brottaktik, okay. Ja, das ist, wenn Leute sich so prohalber so nach oben stacken. Okay, alles klar. Dann kannst du einfach kommen mit den Leitern und dann kannst du sagen, Viel Spaß mit den Leitern, ich gehe jetzt Dias holen. Ich kaufe mir irgendwas Schönes. Äh, ja, okay. Wenn man schon nichts geschenkt bekommt, muss man sich schon selber was gönnen. So, wie viele liegen hier? Ich kann dir helfen, Tops. Cool, ich fünfe Diamanten. Gibt es nicht auch Emeralds? Kann man nicht auch in der Mitte Emeralds kaufen? Wäre das nicht eine gute Idee? Soll ich mal zur Mitte bauen, Tops? Tops, soll ich helfen? Ich glaube, ich baue zur Mitte. Nein! Hilf mir schnell, bitte Flo. Flo steht da und guckt mir zu, wie ich das Ding... Junge, die haben nicht voll Obsidian eingebaut. Das heißt, wir könnten die ganz, ganz easy kriegen. Die haben nicht voll Obsidian eingebaut? Die haben nicht voll... Nein, oben ist... Das war frei. Ah, das ist gut. Dann können wir die halt wirklich kriegen. Nein, meine Sachen sind weg. Warte mal, ich lasse mal ein paar Dias hier für euch. Ähm, ich weiß nicht, was ihr damit machen wollt. Bitteschön. Wo kriegt man Gold? Und ich gehe selber mal so ein bisschen pushen, dass wir die so ein bisschen ablenken vielleicht. Ähm, okay. Er kommt da schon. Ich gebe uns mal Scharpenes auf dem Schwert, ja? Also, das ist... Warte mal nicht. Nein. Warte mal. Alle oder muss man sich kaufen? Nein, nein, nein. Bindu, das ist so ein Gruppen-Update. Okay. Da brauchen wir acht Dias für. Wir haben nur drei. Ich habe gerade eben... Da ist der eine gelbe. Ja, der wird nicht lange bleiben. Los, los. Okay. Hab ihn, glaube ich. Nein, der läuft weiter. Der wollte mich tricken. Ja, sehr gut. Nice. Gut gemacht, Leute. Alles klar. Erster Angriff abgewehrt, würde ich sagen. Kriegt man die Sachen von dem anderen? Äh, wenn er stirbt, ja. Aber es gibt immer die Leute, die schmeißen ihr Zeug dann immer weg. Die schmeißen es einfach weg, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich ziemlich clever. Ja, das würde ich auch so machen. Man kann das selbst nicht leiden, aber... Okay. Ich spring mal weiter. Kommst du mit? Bist du das bei mir, topst du? Das ist so. Ja, man muss dann schreien für die Horde. Aber hier ist ganz viel Zeug drin. Ah. Schreiende Ente pusht einfach runter. Okay, ich baue mich oben lang. So, zack. Okay, ich habe wieder gute Ausrüstung. Hast du den runtergeboxt? Ja, los, los, los. Geh drauf, geh drauf, los. Äh, warte, wo soll ich drauf gehen? Hast du deine Tutschen? Bau alles ab. Äh, ja, okay. Bau ab. Nein, hier ist Obsidian. Sollen wir Regeneration oder Drachenverstärkung? Guck einfach, ob du irgendwie weiter vorbeikommst. Nein, das komme ich nicht. Oh, schade. Nein, ich bin tot. Da war alles voll mit Obsidian. Die hatten alles voll gebaut jetzt schon. Okay, dann haben sie jetzt alles voll. Ja, ja. Wir haben jetzt die denn die ganze Zeit Gold raus. Wäre es nicht eigentlich schlauer gewesen, wären wir in die Mitte gegangen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Naja, äh, komm noch mal. Dann hätten wir mal ein bisschen Stuff gehabt, so. Ich hole noch mal Dias. Okay, wir haben jetzt Fallen. Wir haben Fallen? Ja, habe ich gekauft. Ja, so, so, so. Die werden aktiviert, wenn die Leute zu nah kommen. Okay, was sind das denn Fallen? Ah, hier ist Gold. Kann ich da selber rein? Flo, nicht, nicht, bitte Flo, nicht nehmen. Nein, nicht. Das Gold ist, das ist... Gold, nicht ausgeben, Flo. Du kaufst nur Mist damit. Lass das. Lass topst das schöne Gold. Ja, das Ding ist, das Gold... Warte, easy. Hier sind Dias. Ja, ich gebe kein Gold. Das ist keine Sorge. Nein, 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 du kannst dir eine bessere Rüstung holen. Die hast du dann permanent. Du brauchst zwölf. Echt? Ey, irgendwie hat mein Jump Run kaputt gemacht. Warte, das heißt, wenn ich zwölf Gold habe, ich habe zwölf Gold. Wo kann ich das machen? Dann gehen wir zur Rüstung, hier links. Hier? Und dann ist es sozusagen für dich dann ein permanentes Upgrade. Da war es Eisen. Cool. Und dann kannst du dir, also bei Schwert, dann ist das leider nicht. Ähm, Top, ich glaube, wir haben gerade Gegner bei uns. Nee, ich habe den gelben gekillt. Ach, du hast den? Gut, perfekt, alles klar. Warte, ich komme rüber. Ich hätte mir mal das Haus wieder zugebaut. Ja, ja, wir brauchen eine bessere Picke unbedingt. Ja, die kannst du, du kannst dir bei dem, wo die Tools, das kannst du nochmal drauf gehen. Kann man sich die von Dias holen oder was? Nee, 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 nee. Sonder? Du gehst einfach, du kaufst die einfach mit normalen Ressourcen, die wir auf der Basis haben, klickst einfach nochmal auf die Tools, wo du die ersten Tools brauchst. Ja, aber muss ich die Picke von Dias kaufen oder kaufe ich die von Gold oder von Eisen? Was denkst du? Von beidem. Von beidem? Ja. Ein gelbes hinter uns. Ah, zehn Eisen brauche ich jetzt als nächstes. Okay, warte, ich kann die also verbessern. Oh mein Gott. Spawn, 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 Spawn. Bin noch zu Hause. Ein gelber kommt zu uns, gell? Ja, pushen runter. Falle ausgelöst. Yeah, meine Falle hat aktiviert. Habe ich ihn weggeboostet? Ich glaube, ich habe ihn weggeboostet irgendwie. Keine Ahnung, wie das gerade passiert ist. Ja gut, also ich habe jetzt eine bessere Spitzhacke. Halt, die kann der mich schlagen, aber ich nicht. Jetzt kann ich mir eine bessere davon holen. Dann das, dann das. Und jetzt hier und das. Nee, das kann ich mir noch nicht leisten, glaube ich. Moment, was will der jetzt haben? Du brauchst vier weitere Gold. Wenn ihr zum Gelben kommen wollt, ich bin über dem. Und dann baut er da gerade eine Base. Vier? Noch zwei. Nee, warte, wie viel Gold? Zwei noch. Okay. Kann man die Spawner upgraden, dass du schneller spawnst? Äh, ja. Dann brauchst du Dias für. Dias. Dias sozusagen dafür, für solche Sachen wie, äh, dass du Haste gehst. Ähm, wo kann ich die Spawner upgraden? Beim anderen oder wo? Ja, beim anderen Händler. Geschärfte Schwerter. Ach, Diamanten hab ich jetzt gerade gar nicht, glaube ich. Aber fast. Ich hab jetzt schon eine richtig gute, ähm, Picke. Die Gelben am Obsidian. Wie soll ich das abbauen? Mit der Hand? Jäger, ich wollte mit der Hand aber ab. Mit der Hand Obsidian abbauen. Viel, viel Spaß dabei. Ja, aber die wissen nicht, dass ich da bin. Das ist echt gut. Nein, hast du keine... Nein, ernsthaft? Die wissen nicht, dass du da bist? Nö. Die wissen, dass du da bist. Ich glaub, die wissen das. Hä, als ob? Und du bist da mit der Hand dran? Geht es überhaupt? Ich hab jetzt zugebohrt. Also von außen ist alles zu. Kann man, kann man das hier mit der Hand abbauen? Geht das? Ja, man kann das mit der Hand ab. Ja, zwei Minuten, zehn, glaub ich. Zwei Minuten, also in zwei Minuten ist der ein Bett wahrscheinlich. Ich bin geschniegt und ich bin innen. Ja, perfekt, Flo. Mach weiter so. Das ist ja mega nice. Und ich, ich lenke die ab und tue so, als ob ich die aufprobieren würde auf die, äh... Ich hab nicht meine Spitzhacke. Die fragen sich wahrscheinlich irgendwann, wann... Die haben eine voll die geile Taktik. Du brauchst die aber innerhalb von der ein Wort ein. Ja, wenn die dich nicht bemerken, dann ist das mega die gute Taktik, ja. Ich hab jetzt schon elf Kills mit dabei. Du hast elf Kills? Ja, weil ich da hingehe und die einfach durchgehend abfarmen. Mach das, mach das. Okay, ich darf jetzt aber nicht meine Mausten loslassen, okay? Wüstung verbessern. Soll ich dir mal was... Ja. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? Nimm dir mal so Eisen raus und dann gehen wir auch spezial. Also auf TNT und guck auf den Feuerball. Du wirst das Ding lieben. Ja, ja, ich kenn den, ich kenn den. Aber ich glaub, ich nehm den jetzt nicht. Ich komm mit dir ablenken, okay? Oh, da kommt der gelbe. Pass auf, Izzy. Ich hab Feuerball. Okay, dann mach. Okay, okay, okay. Ja, mit zwei Fallen ist ausgedrückt. Hau ihn! Sehr gut. Ich kann mich nicht leiden, weil ich finde es ja schon so oft dieses Mal runtergeklopft. Okay. Bist du immer noch eingebaut, Flo? Wie lange dauert es noch? Ich weiß, ich seh nicht, aber das Obsidian ist schon ein bisschen angebröckelt. Okay. Ist schon ein bisschen angebröckelt. Da ist noch ein Dia gerade gespawnd, äh, Top. Ja, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich hab jetzt sieben Dia's, das heißt, damit kann man sich... Es sind noch richtig, richtig viele Dia's in der Kiste, die kannst du dir auch nehmen. Ich glaub, es gab noch kein Bad, was spürst du wie mich. Oh mein Gott! Stirb! Ja, du musst weiter draufklicken. Mach ich doch ein bisschen. Ist der runtergefallen? Ja, bist du fast fertig? Warte, der ist grad explodiert. Ja, ich wurde gekickt. Hä? For being AFK! Mach Rejoin. Ja, ich war nicht AFK! Nein! Ist jetzt nicht so schlimm, ist jetzt nicht so schlimm. Ey, das ist so ein Müll. Oh oh. Wenn die es einmal nicht gemerkt haben, merken sie es kein zweites Mal. Die haben es wieder nicht gemerkt. Ich bin jetzt bei dir in dem Bett. Jetzt bin ich bei dir in dem Bett, Leute! Oh mein Gott! Und ich hab das Bett abgebaut! Oh mein Gott! Sind das Nüsse! Warte, unser Bett? Oh nein! Blau ist bei uns, ja, bei uns beim Bett! Oh nein! Oh nein! Flo, bist du... Gibst du Rejoin? Nein! Unser Bett wurde auch zerstört! Ey, ich kann nicht rejoinen! Nein! Oh mein Gott! Oh nein! Blau ist zu uns gekommen! Aber wir haben die Gelben geschafft, immerhin! Warte, ich geh mit... Nein, ich kann nicht mit dir gehen. Meine Taktik war richtig gut. Oh oh. Die Taktik war richtig witzig, ja. Das funktioniert ja eigentlich immer so schlimm, wenn du von den Gegnern die Blöcke einnimmst und dich damit einbaust, dann merken die das nicht. Warte, hat der sich gerade selber in die Luft? Der hat sich hinter mich geboostet! Und einen Applaus und richtige Pro-Spieler! Mega nice! Ja, cool! Alles klar! Hat richtig Spaß gemacht, die Runde, muss ich sagen. Wir müssen es nochmal öfter machen. Aber ich glaube, wir trainieren noch ein bisschen, bevor wir das nochmal spielen. Leute, wenn es nicht gefallen hat, Like da lassen. Schaut mir den anderen beiden vorbei. Und wir sehen uns morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dann, ich alle noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta!